Was braucht Veränderung und Lerntransfer? Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht. Ein frisches Gehirn. Und die Frage, um die es hier geht, ist, was braucht dieses Gehirn hier, damit Veränderung und Lerntransfer funktionieren? Und genau darum geht es. Das ist die Idee der Transferstärke-Methode, zu der ich Sie ganz herzlich einladen möchte. Mein Name ist Axel Koch. Wenn es um Veränderung geht, denken die meisten Leute daran, was sie verändern wollen. Sie besuchen zum Beispiel ein Seminar, um besser zu kommunizieren, zu führen oder Ihre Zeit zu managen. Doch eines wird dabei übersehen. Es gibt einen blinden Fleck. Und der trägt dazu bei, dass viele Veränderungsvorsätze scheitern. So gibt es Irrwege, Wiederholungsschleifen und manchmal lässt man es auch ganz bleiben. Diesen blinden Fleck möchte ich Ihnen gern sichtbar machen. Wenn Sie also wissen wollen, wie Sie sich bei Veränderung effizient selbst steuern können und dann noch an Ihrer persönlichen Entwicklung interessiert sind, dann ist die Transferstärke-Methode genau das Richtige für Sie. Sie erfahren Ihre persönlichen Stellhebel, damit Ihnen Veränderung optimal gelingt. Ganz gleich, um welches Veränderungsthema es sich handelt. Und so funktioniert das Ganze. Sie klicken auf den übersendeten Link und machen einen kurzen Test mit. Sie bekommen dann Ihren Auswertungsbericht und darin steht alles, was Sie wissen müssen. Und ich stelle Ihnen noch ein paar Videos zur Verfügung. Und darin erfahren Sie, wie Sie ideal vorgehen, damit Sie wirklich gut mit all diesen Informationen arbeiten, um so Ihren Lerntransfer sicherzustellen und grundsätzlich Ihre Transferstärke zu stärken. Ja, ich freue mich, wenn Sie dabei sind und tolle Impulse bekommen. Ja, ich freue mich, wenn Sie dabei sind, Introduktion und linken. Ja, ich freue mich, wenn Sie message gerne den haben. Ja, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, ich freue mich, wenn Sie in einem Kanal setzen. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, vielleicht die tryin momen dran oder 좋아요. Ja, irgendwann dürfen Sie alles erst instructed. Ja, ich freue mich. Ja, natürlich Jetzt muss ich einfach geilURE.